Willkommen zurück zu Darksiders 2 Der Kampf gegen grossen Wächter wartet Ihr ist also ein bisschen in Schutt und Asche, ne? Also, ohne umschweifen, ich will den Boss hinter mich bringen Das geht auf offenem Terrain Ich hab gelesen, wie es geht Also los geht's Die Karte zeigt uns schön die Aufgabe Ja, ja Dann geht's hier hoch Den Weg kennen wir ja Äh, tot würdest du bitte Sei nicht so, sei kein Link Sei kein Link Nein, Quatsch Wir brauchen den Todesgriff Wir brauchen, ja, wir schauen da mal was wir brauchen, ne? Wir haben ja gespeichert Das ist die Hauptsache, es speichert automatisch Das ist doch besser Okay Etwas von Shadow of the Colossus Mein zweites Let's Play Der bummelt sich was in den Bart Nein Autsch Du hast den Opa gekillt Da wärst du büßt Oh nein, er ist noch da Ey, du bist gut Okay Er scharfe Knochen Tut das weh? Pflaster könnt ihr schon gebrauchen Ja, ja Ich kann ihm nicht helfen, Reiter Tu dein Schlimmstes Okay Wir müssen uns schön Links halten Autsch Ich bin da zu So Ich hab Da was rausgeschnitten Denn ich hab mich fürchtlich aufgeregt über den Scheiss hier Nein Ist ja nur Spiel aber Es ist echt knifflig Es ist echt knifflig Also die zweite Phase Das hier noch nicht Das hier ist Kinderpappe dagegen Okay Dann zeig mal was du hast Ich will die zweite Phase Ich will die zweite Phase Okay Gut Jetzt Bäm 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 Jut 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 Jetzt schnell wechseln Schnell wechseln Schnell wechseln Schnell wechseln Zu Dem hier Und Äh Wo ist es? Da 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 Gut Drauf und Bäm 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 So Wieder wechseln Wieder wechseln Ganz wichtig Ganz wichtig Und gut Jaja Erst der linke am Äh der rechte am Und dann der linke Links wo der Daumen rechts ist Einfach zu merken Oder? Äh Ja Wenn ich nicht schlafe Okay Jut Waffe wechseln Waffe wechseln Komm 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 Ja 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 Ich hab mich im letzten Part Also nicht im letzten Part Dem was ich rausgeschnitten hab So fürchterlich Aufgeregt und geflucht Und Jesus Jesus Das Ist nicht mehr schön Und jetzt Nach dem Game over Von neuem Was soll der Geiz Wir versuchen Ja okay Jetzt kommt Jetzt muss ich mich echt Am Riemen halten Äh ich glaub Wir müssen Jetzt sowieso Zu dem Todesgriff Jetzt schiesst der Bombe Jetzt schiesst der Bombe Also eine Bombe Und dann müssen wir Ausweichen Und so gut Dass es geht Den Den Dingen sie ja Zwischen uns Und die Bombe bringen Schafft man das Was kann ich mit unserem Vorteil nutzen Einfach immer schauen Dass die Man Mach kein Schmodder mit mir Komm schon Ah pfff Hehehehehehe Ah herrlich Wenn die Bombe explodiert Ohne dass sie was Genutzt hat Das Nenn ich mal Herrlich Komm 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 Du mach keinen Scheiss Das ist fies Das ist fies Das ist Sau fies Äh Bombe Waaaaaah Iiihihi Wooo Chhhhh Ich muss schnau sein Ich muss schnau Ja Ich könnte jetzt etwas riskieren Und Aaaaah Na gut Irgendwie habe ich das Gefühl Ich riskiere es ja eh Hehehehe Oh man Im letzten Pass habe ich mich So fügig aufgerichtet aber Aaaaaah Nein 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 du kommst mir echt zu nein kaum gesagt ist es passiert kaum gesagt ist es passiert wieso ist die so schnell wieso ist die so schnell wieso ist die so schnell tut das nur nicht getroffen schnaps gesoffen ja was ich ihm das was ich dem was ich rausgeschnitten habe so geflucht habe mache ich diese welt man was dochst du mich so hat sie das gesehen habt ihr das gesehen trick 17 trick 17 komm muss ich die zum explodieren bringen kann das sein moment 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 kann ich die schmeißt doch den schmoder nicht so auf mich um alter man kann ich die eigentlich zum explodieren bringen aber zum explodieren ich wollte eigentlich auf sie schießen aber gut ich drehe hier dezent an meiner verzweiflung ja der plan ist wir müssen die bombe dazu bringen dass sie an den riesen hier gerät also den koloss denn als ich sagte immer koloss wir müssen dazu bringen dass die bombe den koloss trifft aber wie schafft man das so wie ich es mache ihn auch laut anleitung damit das hier wirklich nicht besser geht ja komm ja das hat man davon wenn man blind der anleitung folgt äh komplett lösung ja bös man bitte auf damit äh bombe wo ist die bombe wo ist die bombe da wir müssen erstmal die bombe ein bisschen mal trittieren das geht so gut jetzt komm 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 wächter wir müssen schauen dass die bombe nicht auf uns explodiert nein wie am besten man macht es so dass die bombe wirklich ja in der nähe ist und dann beschissen dass sie quasi schwebt ok kommen wir das hin ja ja jetzt auf zum schmodde ich habe keine munition ich habe munition aber das ist gewechselt schweinerei ja 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 ok 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 komm her komm her komm her da schaff mir ja da schaffen mir da schaffen wir ok vi komm her komm her komm her ok 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 Komm! Ja, was? Ah, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Wir machen es so. Wir machen es so. Was soll herkommen? Der... Okay, 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 okay! Okay! Gut, sie ist jetzt oben. Obwohl sie oben ist. Das wollen wir mal so. Geht das so? Geht das so? Ja! Ja, ja! Juhu! Und jetzt rauf aufs Hund! Rauf, 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 rauf! Ja, 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 ja! Okay, 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 okay! Schnell wechseln, schnell wechseln! Und schnell wechseln! Zur Todesgriff Hand! Todesgriff Hand, ja, ja! Okay, okay, okay! Ähhhhh, ähhhhh! Ähhhhh! Mann! Mach keinen Schmodder mit mir! Bäm, 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 bäbäm, bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Bäm allein, ding, dong, bäm, le- okay, okay, okay. Okay! Ja, ja, jetzt geht es! Aber nach der Komplettlösung hätte ich hier noch sechs Stunden mindestens weitergehefft. Das war nicht klug. Na, komm her, komm her, komm her, komm her, okay, 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 du machst jetzt erstmal gar nichts, oder so, ja, ja, hauptsache, hauptsache, yes, 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 runter, wechseln, wechseln, ja, so, 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 aus die Mauten, Mickey Mouse, bang, 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 und sauber, geht doch, wenn man nur will, ne, okay, du hast keine Arme mehr, das tut mir leid für dich, du hast da angefangen, ich hab dich zum Leben erwählt, das hast du mir gedankt, Schweinerei! Schweinerei auf der Bounty! Das, wenn man geschehen wird! Mach jetzt kein Schmodder mit mir! Mach jetzt kein Schmodder! Geil! Gut! Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Reiter wird die Neugeboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Das wirst du nicht überlegen! Ich bin der Erschaffer! Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck, so wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert. Dem können wir nicht entkommen! Bitte! Begebe dich jetzt zum Baum, Reiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Ich bin der Erich, wir sind nicht gerade aus. Entschuldigung! Oh ja, wenn du die Wand rumfahren bist! Das ist schauss! Ich bin der Erich, der nicht! Теперь mal wieder, wenn du dabei war, Wie? Oh, hier noch wieder. Sei doch brav, Torellando. Gut, Anonym hat ein Geschenk, ja. Gut, gut, gut. So, also gut. Die Trümmer schauen wir uns noch an. Tja, ja. Leck mich doch. Ich wechsle mal wieder zum Dings, Yes und Jo. Der Aufgabe nach, ne? Aber jetzt die Lautstärke des Spiels etwas zurückgestellt, denn man hört ja genug. Man muss ja mich hören, man muss, genau. Nein, Quatsch. Das grüne Loch. Sind sie die grünen? Ja, ein Drittel des Spiels, ich habe nachgeschaut, haben wir schon hinter uns, also schon erst. Also, ja, nur zum Statusbericht. Na, wenn das mal... War das nicht da, wo wir gesehen haben, dass es da nicht weiter ging? Der Baum des... was? Der Baum des was? Ey, geil. Kulisse, ne? Wahnsinn. So ein Baum, wenn der mal fällt... Boah. Im Inneren des Baums sind wir. Und wer bist du? Ah, nix. Wo lang? Ist da was? Ist da was gescheites? Egal. Wenn Tod einem gegnerischen Angriff besonderes Geschicht ausweicht, lockert eine Weepergestalt kurzzeitig auf, um einen Gegnerangriff zu starten. Okay. Und warum bekomme ich das jetzt? Schöne Tier. Keule. Schöne Fresse. Pack Fresse. Hehehe. Hehehe. Okay. Den nennt man wohl dunkle Materie. He! Lass dich von mir leid. Bleh. Ja, warum? So bist du also gekommen. Trägst eine Sünde wie ein Ehrenabzeichen. Was willst du, Reiter? Lass mich tot. Auf einen öden Planeten ohne Leben? Menschen sind schwach. Sie würden das nicht überleben. nicht einmal verdienen. Unser Urteil zählt nicht. Ich mache dies, um Krieg seine Bestrafung zu ersparen. Und was ist mit dem Nephilim? Würdest du einen retten? Den Rest nicht? Die Nephilim bedrohen das Gleichgewicht. Hätten wir eben genommen, wäre nichts davon passiert. Doch du warst gegen uns. Namst unser Fleisch. Sperrtest unsere Seelen in dein Amulett. Wer bist du? Das weißt du. Einst nanntest du mich Bruder. Absalom. Ich habe den Namen abgelegt. Jetzt bin ich verderben. Geboren, als du deine Sense gegen uns erhobst. Und schon bald werde ich alles sein. Den Baum des Lebens umgibt nun meine Finsternis. Er trägt keine Früchte mehr. Und selbst tot. Kann ihm nicht entkommen. Hey, ich bin die dritte Person von mir. Okay. Langsam fühlt sich das Puzzle zusammen. Ich kapiere nur immer noch nichts. Nein, natürlich. Zu drücken. Aha, aha, aha. Ja, ja, ja. Weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Na? Das definiert die Seele. Manche nennen sie einen Funken, der die Finsternis bekämpft. Und fürs Leben brennt. Doch was ist mit Tod, der zum Sensenmann wurde, als er die Neffen ihm erschlug? Seine Brüder, Kamara und Absalom. Na, coeli? Tod! Warum erschlägst du deines Gleichen? Die Nephilim haben kein Recht auf Eden. Es gibt Reiche für Engel und Dämonen. Warum nicht für uns? Eden gehört den Menschen. Es gehört jenen, die ihr sich nehmen. Streitet euch doch nicht. Die Aionen haben die Frage nicht beantwortet. Verlatsch! 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 Weiß das wird? Bruder. Dieser eine Moment. Nooo! Verlatsch! 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 So geht's mal weiter. Ich warte. Schöne Story, aber. Bitteschön. Der bittere Sieg konnte nicht ungeschehen gemacht werden. Ah, Baum des Todes hieß es. Ich dachte es heißt Innere des Baums. Na und was bist du für ein Ziegenpeter? Herr Reiter. Ich suche auf eine워요, dass so viele durch deine Hand hierher gekommen sind. Ah, und doch besuchst du selbst das reich der Toten so selten. Ich wollte gar nicht an diesen Ort, ich suchte den Baum des Lebens. Ich fand ihn. Jetzt bin ich hier. Der Baum ist kein Ziel, mein Freund. Nur ein Portal in andere Welten. Wenn es der Baum ist, den du suchst, dann bist du angekommen. Dann bin ich betrogen worden. Nicht so voreilig. Der Baum ist unvorstellbar weise. Wenn er dich hierher gebracht hat, dann gehörst du hierher. Vielleicht kann ich helfen. Ich bezweifle es. Es wäre klug, auf mich zu hören. Mit meinem Händlergeschick kann ich deine größten Wünsche erfüllen. Sag mir weiter, was suchst du? Das Klo. Ich will meinem Bruder erlösen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ah, ja. Ich habe die Geschichte gehört. Dein Bruder ritt, wo gleich kein Ruf erfolgt war. Die Menschheit zahlte den Preis dafür. Hüte deine Zunge, Händler. Ich urteile mich, Freund. Ich gebe nur weiter, was mir gesagt wurde. Es war richtig, nach dem Baum zu sagen. Na gut, was hast du zu sagen, alter Ziegenbock? Quelle der Seelen, erzähl mal. Der Quelle der Seelen kann die Menschheit wiederherstellen. Und mehr. Der Quelle kanalisiert die Toten in dieses Königreich. Von jeder Welt. Oben und unter. Auch werden die Seelen so wieder in die Schöpfung gebracht, wenn sie bereit für die Wiedergeburt sind. Wieso siehst du aus wie eine Züge? Du hast noch immer nicht gesagt, was du bist. Die Geschichte meines Volkes ist zu Asche am Rad. Zusammen mit unserer Welt. Selbst von jenen vergessen, die sie vernichtet haben. Jetzt ist nur noch der Rauch übrig. Wir sind nicht die Ersten. Noch werden wir die Letzten sein. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge ist Gleichgewicht. Und was bringt das Leben ins Gleichgewicht? Das Nichts. Oder das Verderben. Letztendlich verzehrt es uns alle. Anscheinend. Nichts davon erklärt, was du hier machst. Ich bin nur ein bescheidener Händler mit einem Geschmack für die edleren Dinge im Leben und im Tod. Ich bin Ostergut. Und es würde mich erfreuen, dir meine Waren anzubieten. Äh, erzähl erst... Äh, erzähl. Mein Gelektier. Erzähl erst mal, was du hier so hast. Das Lebensbaum des Todes. Portale in andere Welten. Davon weiß ich nichts. Wie konnte ich so blind sein? Oder spuck deine Zungen nur Lügen aus? Viel wurde dem Nephilim vorenthalten. Und den vielen. Warum? Hm, weil Macht mit Unwissenheit gezügelt werden muss. Wenn die Nephilim um die vage Natur des Baumes gewusst hätten, wären alle umgekommen. Ich verließ die Nephilim, wurde ein Kämpfer für das Gleichgewicht, habe sogar mein eigenes Volk getötet. Ich beschütze diese Welt, dich und den Baum, und doch bleibe ich im Dunkeln. Verlassen? Ja, vergessen. Nein, die Nephilim leben in dir weiter. Aber, was weiß ich schon. Ich bin nur ein einfacher Händler. Na, er viel zu viel labert. Und wie komme ich zurück? Was, wenn ich zu den Schmiedelanden zurückkehren möchte? Der Baum des Lebens besitzt viele Portale, Reiter. Manche können dir helfen, deinen Weg zurückzufinden. Viele Portale sind geschlossen. Aber das eine zu den Schmiedelanden bleibt offen. Aha. Nein, gut. Einmal angenommen, dass ich dir glaube. Wo sollte meine Suche beginnen? Du musst die Schlangenspitze erklimmen und den ewigen Thron rufen. Dort schlummert der Fürst der Knochen. Er wird dich zum Quell führen. Oder deine Seele nehmen. Bevor du gehst, Reiter, bedenke dies. Mein Volk ist vielleicht verloren. Aber seine Relikte sind noch da. Du wirst sie auf deinen Reisen vielleicht finden. Für die meisten sind sie wertlos. Nicht für mich. Bring sie mir und ich gebe dir bare Münzen dafür. Was sammelt dein Zeug doch selbst dein? Meine Güte, sehe ich aus wie Link. Äh, ist doch wahr. Äh, ja und... Ich muss alleine gehen. Wie gesagt, ich habe die Spielgeräusche ein bisschen drunter geschraubt. Und diesen Part, die Fortsetzung hier nach dem Besiegen, habe ich am Morgen aufgenommen. Weil gestern Nacht bis halb zwei gezockt habe. Und ja, bei dem Kampf gegen den Boss wurde ich ein bisschen leicht laut. Und das hat unserer Mitri nicht gefallen. Hat, ihr habt es gehört, hat gegen die Wand, gegen die Tür geknallt. Ja, also wenn man im eigenen Haus nicht mehr fluchen darf um nachts um zwei. Wo sind wir denn da? Welchem gepflegten Haushalt darf man um zwei Uhr nachts nicht mehr fluchen? Also wirklich. Ne, 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 ne. Ja, das kommt nicht gut. So. Jetzt ist wieder alles so trist. Ne, alles so trist. Äh, gib mal Gummi. Auch wenn du nicht Gummi bist. Also, ich zocke ja, wenn ich schon frei habe, an einem anderen Tag, zocke ich mal bis nachts um zwei. Aber, auch wenn man ein bisschen flucht nachts, das wird doch wohl noch gediegen sein. Und nein, bam, bam. Ihr habt es vielleicht gehört im Video. Das Knallen kam von der Wand. Und, ja, ja. Ja, ja. Könnt ihr die komisch schreiben, ne? Ob ihr auch manchmal bis nachts spät zockt und flucht und grölt. Also, ich habe natürlich auch gelacht und geschrien. Also, nein, nicht geschrien, eben nicht. Aber, joe, hey und geil und all die Wörter, die ihr so hört. Mann, was willst denn du? Misch dich. Ey, Knochen-Trottel. Was willst du? Ja, jetzt, haut ab! Feigling! Und du? Na, von hinten? Nee. Schwul oder was? So. Aus die Maus. Mit die Maus. Na. Das gefällt mir doch. So eine Tür will ich auch haben. Geil. Seht mal. Wir sehen dich. Und tritt ein. Mach ich, mach ich. Jo. Und das käme ich doch. Mann, ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch. Hallo? Ja? Nein! Zu spät gedrückt. Ich will das hier. So. Nichts anderes. Hepp. Und hepp. Schön. Läuft er wieder geschmiert, du. Jut, jut, jut. Boah. Meine Fresse, der hat eine Höhle. Kannst du mehr seinen Billardtisch reinstellen, du. Äh, ja. So. So. Runter. Runter, Boti. Keulern fliegen. Jut, jut. Äh, 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 quack, quack. Was haben wir hier? Man braucht einen Schlüssel. Okay. Man braucht Zeit. Was ist hier? Ah, come on. Sagen wir nicht, dass ich jetzt schon, ich mal weiterkomme, ne? Also. Bitte schön. Hä? Ah, ich seh was, ich seh was, ich seh was. Jetzt. Jetzt. Nein. Ach, geh doch an der Wandlern, du Zoppel. So was aber halt. So. So. Aaaaaah. Hohohohohohohoho. Meine Güte. Hier wollen wir durch. Hier wollen wir durch. Ach, so. Hey, geiler Kornleuchter. Wuaah. Tarte, schon, da geht's runter. So, jetzt, und geh mal aufgeräumt, ihr Knochen-Tarte, du. Tuck, tuck, tuck. Lass es halt. Ich muss viel mehr ausweichen. Ja, urambäische nehme ich trotzdem. Hey, lass uns schon mal den. So, finish. So, so, so. So, so, so. So. Man könnte ja denken, das sei die Hütte des Todes. Ja, also. So was makabres. Gefällt mir. Geh, warte gut. Gefällt mir. Nein, Knochen-Tartel. Feierabend. Oh, was willst du denn? Ja, ist ja gut. Hey! Pass auf, was du hier machst. Bam, 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 bam. Yo, Koi. Hey! Pass doch auf! Wasch! Und bam! Hab ich nur das Gefühl, oder sind die Widerstandsfähiger geworden? Oder bin ich schwächer? Nein, glaub ich nicht. Wum! So, war's das. Schaut ja fast so aus. Oh Gott, ey. Wir haben gemäßig Türen. Okay. Aha! Geht das auf? Ja. Bleibt es auf? Ja. Nein. Dann gehen wir mal anderen Weg. Hallo? Hepp, 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 und hepp. Jeder Wörsch. Tja, da kann sich Link ein Beispiel nehmen von der Kraftentals. Ja, ja. Okay. Wenn Schalter ist, ist noch ein Weg. Und jetzt? Na? Hm? Hm? Und jetzt? Hä? Hä? Schauen wir mal an. Ich kann die Bombe... Achso! Achso! Ne, Moment. Moment, 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 Moment. Hier, isst doch was. Was hab ich im Gespien? Puh, huu. Pah. Okay. Weiß er was? Ich mal schmeiße weg. Ich will wissen, was da passiert. Aha. Aha, 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 aha. Gut, soweit mich die Erinnerung nicht trübt, sollte man das aufnehmen könne, hier anbringen könne. Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Gut. Äh, ich mach es zwar... Nein, das machen wir noch. Ich beende den Part nicht mittendrin. Nein, sowas fange ich gar nicht erst. Was ist denn? Gut. Äh? Aha, 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 ich will sie raus. Hey, Moment! Hä? Nein, nein. Hä, doch! Nein! Was ist denn da oben? Was ist denn da oben los? Hä? 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 Was fällt denn noch unter, diese Sau? Hä? Ja, 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 nein, 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 nein Machen wir das auch auf... So... Äh... Quack quack... Hä? Bin ich? Bin ich überhaupt? Was ist denn das? Fragen über Fragen... Fragen über Fragen... Ja, ja... Äh... Ich steh grad dezent aufm Schlauch... Äh... BOMM... Ich kam... Moment, 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 Moment... Wechseln... So... Und schiesse doch... Nein... Ah, ich dachte es geht so... Ah... Shhh... Hey, Moment, 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 Moment... Moment, 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 Moment... Was ist wenn ich jetzt... Das hier rausziehe... Hey... Äh... Lass mich überlegen, lass mich überlegen... Todesgriff... Nimmer... Nimm doch... Ah... Tod... Zeig kein... Ach komm... Hehehehe... Äh... So... Jetzt nimmst du's aber, gell... Ja, ja... So... Das hier hin... Wechseln... Zur Knarre der Erlösung... Nein, sie heißt Erlösung... Nein, sie heißt Erlösung... Ich will nur wissen, ob das funktionieren tut... Komm... Soll... Sollte eigentlich, ne? Sollte... Und... 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 Und jetzt? Nein! Nein! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Ach Schei... Mann! Ach komm schon! Boss besiegt! Boss... Ah! Hä? Er schreckt mich doch nicht so! Meine Güte! Was ist hier? Ja... Ich will zum Schmaden dort! Ich will zum Schmaden... Moment... Moment... Hä? Hä? Ah! Ich versuche jetzt das Folgendes... Wenn das ich mir noch nicht geht... Beende ich den Part... Und mach's im nächsten... Moment... 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 Hier wechseln... Jaaa... Totes Griff... Und... Tschövonimo! Schön... Jetzt müsste man eigentlich da unten was... Mann! Ich bin voll... verpeilt! Nochmal! 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 Komm! 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 Das bringt so nichts! Okay! Da drüben! Hä? Hä? Ich muss da... Ich muss da... Also... Entweder das... Moment... Moment... Ich muss darüber sehen können! Ich muss darüber sehen können! Aber kann ich's? Nein! 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 Es ist in mich! Es ist in mich! Ich müsste... Hä? Ja... 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 Oh! Na gut! Mach's doch nicht gerne! Aber... Da part wird's uns so lange! Leute! Wenn's gefallen hat! Daumen hoch! Und wir sehen uns ganz sicher im nächsten Tag! Abonnieren, wenn ihr noch nicht habt! Bis denn hier! Und... Tschüss!